Das ist angedeutet, mit so zwei Fliesen sind da die verschiedenen Schachteln. Ja, und hier auf der anderen Seite, da sind die Anzüge. Da wird anprobiert, da sehen wir ein paar Blümchen auch noch, Flourish and Blots, das könnte natürlich darauf hindeuten, dass wir vielleicht beim nächsten Mal Flourish and Blots haben. Gringotts Bank wird auch hier angekündigt. Da können wir, glaube ich, nicht die große dazu stellen, weil die überragt das einfach zu sehr. Ganz cool hier auch, da sind ein paar verschiedene Hüte. Aber das Coolste finde ich eigentlich wirklich diese unterschiedlichen Zauberstäbe, die sie jetzt hier reingepackt haben. Ja, Harry, na, wäre ich nett, das gerne, nein, also.